Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Age of Empires 2 HD Edition. Ich bin die Zockerbrau Dürrö. Äh, Dürrö. Wir möchten heute die Roten besiegen und somit endlich das Kapitel hier beenden. Das habe ich euch jeder schon lange hingehalten. Alter, du stirbst, ne? Drecksacker. Wo ist mein Fahrrad? Habst du denn schon ausgerottet? Wie soll ich denn jetzt neue Freunde kriegen? Bitte, ne? Wo kommen eigentlich immer noch diese Pferde? Weißt du was? Wie stelle ich das an? Ich verbrauche noch mehr von den Typen da. Ja, mir fehlt schon wieder ein Gold. Das heißt, verkaufen. Ich habe ab und zu das Gefühl, die wollen gar nicht aufgeben. Ich habe ab und zu das Gefühl, die wollen gar nicht aufgeben. Ich habe auch mal zurückgedrehen. So, einmal zurückziehen. Auf Verstärkung warten. Beziehungsweise tauscht es euch einmal aus. So und vielleicht. So, vielleicht. Ihr geht jetzt einfach mal heim. Die anderen sind eh schon auf dem Weg, ja, da kommt sie schon auf die erste Partie, wenn man so will. Die zweite Volksvergleichung, die Kanonierheines sind auch schon auf dem Weg. Diese Bastarde, jetzt denkst du, dass die Ressourcen haben, ne? So, jetzt können sie schon über den Wald herfallen, jetzt bin ich auch nicht mehr allzu böse. Wie viele Pfarrer haben wir jetzt? Eins, eins, ein, nö, das geht nicht. Schaut es da oben jetzt aus? Wo ist denn meine Kanonierheines da? Ja, 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 die Rollen schön über sich hin. Das ist unglaublich. Unglaublich. Dieientoern. Die Verhandlung. Die Handlung. Die Hände. Die Schweren. Die Schweren. Die Schweren. Die ist hier herfallen. Wenn die Ressourcen kam, das ist wieder so ein Scheiß geworden. Da bitte. Ich dürfte auch was machen. Da hinten ist noch ein Stall. Einfach ein Scheiß machen. Osh, lecker. Das ist ein Scheiß nicht. Woh ich bin. Du sagst, es geht. Das ist noch gut auf Bewoner, das gibt's ja nicht. Ich wollte eigentlich die roten Reut bekämpfen und die gelden, also die rohsten, wir geben einfach nicht auf. Hm, war... Arschlo. Was geht ab? Das gibt's ja nicht echt. Das kann nur weiter unten noch was sein. Das hat noch gestalten. Das ist ein Pips, oder? Und dann müsste doch endlich mal Ruhe sein, oder? Das wird ein Dorf sein, um... ...Faceballen, echt. Das ist unfassbar. Und das ist so ein Dorf, zum Beispiel schon in der Universität, haben die hingeknallt. Unfassbar. Das ist so ein Dorf. Ah, da ist noch so ein bach, gar. Auf geht's. Jetzt muss es schon erledigt sein, da gibt es kein nichts mehr sein. Gibt es hier Gold? Nein, die haben das glaube ich schon abgeerntet, das ist ein Bastard. Boah, das ist echt ein hartes Stück, aber... So, die Gühle kommt noch weg. Dieses Belagerungsscheiß weg. Na Gott sei Dank, die haben das abgegeben. Ja supi. Gott sei Dank. Ab nach Hause. Liebe. Jetzt sind echt nur mehr die Roten über. So, die Kanoniere. Bitte sehr. Katapulte ein paar. Uha, die Gute hat keine Arbeit mehr. Bitte sehr. Passt. Jetzt kommt das härteste Stück Arbeit. Wir haben immer noch zwei Mönche, das ist gut. Die kriegen jetzt gleich Arbeit. Du gehst bitte hier. Ich will nicht noch jemanden opfern müssen. Kanonentype sind halt langsam, da kann man nichts machen. Nicht genügend Gold. Schon wieder mal. Wir können Essen verkaufen. Sehr viel Essen sogar. So, Drehböcke. Ich möchte gerne zwei haben. Ein paar Axt-Schwert-Dings-Kämpfer-Types. So. So. Was denn? Alter! Neue Freunde! Oder doch nicht. So, jetzt geht's. Ist das? Nein, geht's nicht aus. Was ist das? Wir sind momentan schon ein bisschen zu stark. Was ist das? Wie schaut's mit Entwicklungen aus? Hoppla, falsch. Hier sind wir fertig. Okay. Äh, was ist ja? Hier sind wir fertig. Hier sind wir jetzt nicht fertig. Hier ist wieder ein Name. Okay. Ich will warten. Ja. Wir haben die Bubutischen Watschka überlebt. Ich glaube ich bin. Oh ja. Die Bastarde. Was soll man da noch dazu sagen? Im Gold fällt es halt auch schon wieder. Naja, ich meine ich brauche jetzt nicht feig sein. Ich geh jetzt einfach mal. Wir marschieren da jetzt zu Boden hin. Ja. Dass wir nicht noch mehr Zeit vertrödeln. Inzwischen können die hier schon brav... weitermachen. Alter, was machst du da? ... 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